also falls du auch irgendwas brauchst, ich komm da nicht mehr zurück musst du es mitnehmen na hier ist eigentlich nix mehr gell das setzt noch so an Luftschutzbrunnen dran halt so richtig alt muss er mir da vorne meine Stiegel klauen, dann komm ich halt nicht weg wie fühlt man sich so, wenn man so 60 Jahre alt ist, das Junge du dampst schon, weil das manchmal so durchsichtig bist du Hans Dampf das ist halt wirklich arg du kannst ja auf so n Dings drauf, hier kann man nicht drauf sitzen, schade, das wär cool gewesen ein Schiefchen die Opfer uns das ist also Opfer mich für uns uns für mich siehste, das ist auch cool, haben wir zwei Düren, kann man schon durch reingehen wir brauchen wieder Bastix so, sehr gut, sehr gut, ach, laufen ähm, so eine ist die Materialkiste, das andere ist die Kiste mit Maschinen weißt du, ich bin vorher aber die Öfen mit Sticks, gell das hat ein Brennbett von 100 geht hier nicht dickofen will keine Sticks danke ja dann kann ich auch nicht helfen so, haben wir Eisen machst du Eisen irgendwo durch ja ich habe Eis neben dem Dach ähm so durchschmilzt das keine Ahnung, einfach nur so da drüben noch die ganzen Rohstoffe irgendwie mal schauen alles zugegebener Zeit so gleich machen wir mal die ganzen Fenster fertig dann zieht das nicht nur so tada was kann man eigentlich mit den Glasscheiben machen? ja wieder Glass wenn wir dann Schieselglas reinbauen Glasscheiben kann man wieder Glas machen fällst dir? traumhaft, ich bin voll begeistert hier traumhaft kann ich da nicht runterschmeißen das ist nicht schön das ist nicht schön unser erstes gemeinsames Haus da drüben haben wir Materialien 45 Eisen Gold und alles ich würde sagen, darauf schlafen wir wir haben es geschafft wir haben ein Haus wir sind gesiedelt da drüben ist unser Rad, Leute hast du die Tür eigentlich zugemacht? du hast die Tür zugemacht da hab doch eine Kiste zwischen uns und Betten gut jetzt sehen wir das alles geklärt haben so drüben was Eis durchschmilzt ja wir müssen halt am Anfang irgendwie maschinetechnisch was hey wir haben voll coole Maschinen ich weiß nicht was wir wissen bauen pulverreißer irgendwas in die Erde oder? nee ich würde doch schon mal ein bisschen bei diesen agri-dingsbums agri-kultural da bleiben et agri der hat ja auch relativ viel Maschine dabei die sind die Kacke nee actually additions da sind wir drin für Maschinen das ist ja nur das Essen Maschinen mäßig sind wir in actually additions also da ja stimmt das ist ein Bauortfurness dann bei einem Heat-Controller, Call-Controller, Öl-Generator bei einem bei einem Bauortfurness hat man hier zum Bleistift zum Bleistift ESD oder uns Energetik Automatik-Reconstruction da brauchen wir halt wieder diesen einen Laser-Dingsbums Reconstructor wo haben wir denn den? ja Automatik-Reconstructor ah da liegt der ok den brauchen wir dann brauchen wir Kohlen-Generator und einen Blazer brauchen wir nicht wo bauen wir denn die Maschinerie hin die wir öfters brauchen glaube ich dann brauchen wir sie mal hier hin dann nehmen wir unsere Stücke so Kohlen-Generator den kann man ja in Redstone-Signal geben gell? ja du kannst die Redstone-Mode hold Redstone-Torch to toggle dass sie nach links flitzt genau ähm und wir könnten eine Redstone-Torch bauen ähm Redstone haben wir wo? da wir wollten Bauortfurness machen wo wäre warum schreibt der nicht da ist ich hasste du scheiß ich weiß nicht es gab schon ein Update dafür wir haben es drin ja vielleicht sollten wir einen Daumen reden Pulse so nur deactivation oder Pulse und damit wir brauchen von welchen man da wir brauchen dafür eisen zweimal eisen müssen wir da reinhauen in die Maschinerie die zweimal kann man ruhig zehnmal machen wenn man eben gebraucht von Dreck so da tada doch du musst halt ich glaube es ist Pulse oder wenn man mehr als was kann man hinlegen zum Beispiel Redstone da war es geht ja auch es ist egal was funktioniert ja so weit dann könnt ihr auch schalten für dich dann könnt ihr auch schalten für dich ne du brauchst ja Pulse ähm also brauchst du einen Knopf ist doch egal ja aber trotzdem du musst ja Signal Pulse geben deshalb noch einen Knopf weil Schalter ist ja dämlich weil die Maschine bleibt ja nicht an da kohle und nieder Quarz haben wir nieder Quarz und Kohle ne wir waren noch nieder aber wir haben nieder Quarz dann nieder Quarz und Kohle Quarz normalerweise ne aber wir sind ja hier wo kein anderes haben wir noch Kohle oder hast du alles verbaut ja also in der Kiste das ist alles Kohle, Diamanten das sind unsere komplette Rohstoffkiste so und so ergibt Mädchen so romantisch unser Lager vor allem so so Red OCD Plant on Redstone Risen Stick ähm das Stick nochmal den Scheiß und dann den Knochen wo hast du die Redstone-Dinger? da äh wo hast du da noch welche? da habe ich schon eine neue wenn du sie nicht benutzt hast also hier drüben sind auch welche drin in unserer Kiste also jetzt habe ich sie rausgenommen aber was haben wir blauer so kannst du trotzdem noch mal machen? wir brauchen noch mehr wir brauchen noch mehr wir brauchen ok eigentlich nicht mehr aber später brauchen wir sie nochmal kann ja einfach mal 26 hinklatschen macht kurz aufdrücken weil die Bauern ja wenn man mit dem Mod arbeiten dann öfters das wird ja nicht ausbleiben finde ich sehr schön mit unserem Knopf ja ähm was brauchen wir denn jetzt? wir brauchen noch ein paar Sticks reinlegen dann kann der weiter produzieren ähm zweimal Eis das hatte ich doch schon oder? wir bräuchten halt wir müssten mal irgendwie ja unser Lagersystem irgendwie yeah Powered Furnace tada uh Doppelfurnace uuuuuh cool und auf jeden Fall Strom das n geht ned Autosplitter Item auch cool so gibt's da jetzt so irgendwas wie ein Prefersierer dafür? noch? na die andere Maschine halt ist von dem Mod die andere Maschine das mit den Pisten ok also andere Möglichkeit Crusher von extra Utils gibt's also das Crusher Maschinen Casing ok das wäre auch nicht extra Utils ist ja auch nicht schwer zwei Pisten Eisen Maschinenblock ich weiß nicht Crusher The Crusher oder was haben wir sonst da irgendwie die Reisen zu quaschen da kriegen wir halt auch andere wieder raus das ist halt einfach Prüferisierer sozusagen ja das ist ja das Zeugs ja aber es gibt auch von Actual Edition auch ein Crusher ja was? von Actual Edition man weiß ich halt wirklich sehr cool du klickst halt auf den Crusher drauf er zeigt dir alle möglichen Rezepte an ja ok dann bau mal den Crusher der ist der ist natürlich warum er den Ofen anzeigt aber ne der von extra Utils also wir brauchen zwei mal Redstone Basic Coil bräuchten wir überhaupt mal da Ressourcen irgendwo in der Kiste wo man kraften ich hasse ich könnten eigentlich mal woanders kraften ja eine Möglichkeit aber was das für ein Crusher-Mechanisten den brauchen wir nicht den da oben brauchen jetzt fehlt Flint es fehlt der scheiß zweimal äh und es fehlt das einmal da fehlt Stick und Quarz ist nämlich hier hinten kraften kann es auch nicht besser aus weil das nicht rein denken kann weil nein 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 nicht rein denken keine Ahnung du nimmst dich von der Kiste als du schluss einfach weil wir ja keine Ruhe heißen weil wir ja keine Ruhe heißen wenn wir anderen zeichsen für jemanden egal jetzt brauche ich das schon noch dann haben wir uns eins was Quasher haben wir so da braucht er ja auch Strom einfach mal mit hier ran oder wir können ja mal nachschauen ob wir von Act bei die erste Stelle irgendwas drin wegen seinem Ad das von Stromleitung der arbeitet damit sogenannte Leser ich habe mir noch ein bisschen Botsportleiter angeschaut wenn du Leser eingibst du meinst jetzt von dem Mod ja genau der hat der Energy Laser Relay that was Energy Laser Relay okay ich habe mit Arbeit der hat mit zwei Leser Funk scheiß gelöse achso aha aber ist ein bisschen teurer kurz Obsidian relativ viel und und wie der schießt quasi die Strom durch die ja ja da war ein Leser und schießt natürlich so war alles ähnlich 15 Blöcke glaube ich wow völlig normal okay ja fürs erste würde ich halt einfach sagen ja klatschen einfach so mal jetzt bräuchte man von der nach da hinten da gibt es auch einen Block ah ja wir haben ja auch extra einen anderen Mod dafür drin transferen oder so irgendwie nein es gibt auch von äh 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 actually also da muss man Edge schreiben gell das sich wohl mit dem Mod richtig beschäftigt oder wie ich habe gerade gesagt ihr Mod Spotlight angeschaut das kann man natürlich auch machen das ist irgendwie ein Hopper ähnlich wie ein Hopper nur dass du die Richtungen auswählen kannst und der immer stackweise macht phantom Liquid ne was phantom ne das war nicht das phantom phantom war das ne Fire Interface Problem ist halt dass man sich die ganzen Namen erst nicht merkt und zweitens die ganzen Blöcke mit dem Repairer ne also dort drunter gibt es kleine Fackeln es gibt Smiley Wolke und es gibt Manual vielleicht ja im Endeffekt könnt ihr auch mal nachschauen warte das habe ich allerdings klick mich dreimal was denn diese Seeds haben wir davon noch welche Cannola Seeds habe ich irgendwo gehabt also manuell haben wir ja eh Standard mit dem Anfang gekriegt wahrscheinlich aber ich hab's geschickt bei nicht ah wir haben auch eins gefunden please click me ModDev Queerhood and Arrogant Call Generator 30F pro tick getting started Christian Recontact item that not item that use place transporten dieser Backup start und es ist durch innerhalb von einer Sekunde 20 Megabatt ESD glaube ich war's ESD was ja genau eine ESD brauchen wir es heißt wird und ein Dings das haben wir das ist nicht schwer ich hab's gefunden ESD Ending Series Stauder ok da brauchen wir ein anderes Holz ganz ganz normalen Holz ganz ganz normalen Holz ganz ganz normalen Holz so was jetzt halb ich ja noch ein anderes ne 2 dann kann man das hier platzieren und jetzt kann man sagen wir wollen in Bord von Seite Nord nie ja Nord der Westen von Westen nach Norden von East nach Norden und alles genau so wenn wir jetzt mal so wenn wir jetzt mal sagen wir mal und